Hallo zusammen, ich bin Nicolas. Und ich bin Vanja und wir zeigen euch heute unseren Alltag. Die Vigier ist hier in Wimmis, im schönen Berner Oberland. Hier bei uns geht es vor allem um Sand, Käse und Beton. Strassentransportfachleute laden, fahren und beliefern. Die Herausforderung ist der tägliche Straßenüberkehr. Mit dem grössten Fahrzeug hat man auch viel Verantwortung. In meinem Beruf muss man ein grundlegendes Verständnis haben, Freude an den grossen Fahrzeugen und natürlich auch am Fahren. Die grossen Lastwagen haben mich schon von klein auf fasziniert. Darum habe ich mich für diesen Beruf entschieden. Mein persönliches Highlight ist, dass ich mit dem Lastwagen die Region befahren darf. Das war es. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bewerbe ich euch heute noch für eine Lehrstelle. Das war es auch. Das war es. Ja, dann bin ich mit dem? Ja, dann bin ich mit dem wiedergerouting. Wirzę auch das.